Die ersten großen Acts des Ballotone Sound 2020 wurden bekannt gegeben. Dimitri Vegas und Like Mike, Martin Garrix, Kygo, aber auch Don Diablo, Robin Schulz und Loco Dice werden dabei sein. Es wird keinen Mangel an Live-Musik geben, da Jax Jones, Zoo und Modestep auch mit Live-Sets dabei sind. Der Ballotone Sound erwartet uns wieder mit unzähligen Bühnen, Musikstilen und natürlich die besten Acts. Das 72 Stunden Frühbucher Spezial startet am Mittwoch, dem 11. Dezember mit ermäßigten Preisen für 3, 4 und 5 Tagestickets. So haben wir bereits in der ersten Runde große Namen und warten gespannt auf den Rest der Festivalaufstellung. Sieg und Sieg und Sieg und Sieg und Sieg